Servus zusammen. Gestern Abend habe ich das nicht mehr geschafft. Ich war Glühwein trinken. Den ersten in diesem Jahr. War gut, war okay. Ich habe es überlebt. Ohne Brûlure, ohne Sodbrennen. Wunderschöne Grüße aus dem extrem verschneiten München. Wir haben über Nacht, ich schätze mal, zwischen 30 und 35 cm bekommen. Der Schnee bleibt liegen. Das sieht richtig, richtig klasse aus. Aber hierbei geht es ja um den DAX und deswegen mal so ein paar Rahmendaten vorab. Das ist die internationale Bewegung von gestern. Hier ist der DAX. Das ist der Schlusskurs, etc. Also die 3,97. Da hat er nochmal 30 Punkte draufgelegt. Oder fast 40 sogar. 1,12%. Lediglich London konnte damit einigermaßen mithalten. Paris weniger, Zürich weniger, Madrid weniger, Eurostox weniger. Und jetzt kann man sich hier die anderen Indizes auch nochmal anschauen. Ich weiß nicht, ob das hier stimmt. Brasilien 8,63% gestern. Das müsste ich mal überprüfen. Habe ich jetzt aber nicht. Auch die Amis nicht mitgezogen. Das heißt, Deutschland ist hier Zugpferd. Jetzt sei die Frage gestattet, wieso auf einmal Deutschland? Haben wir jetzt hier auf einmal den Wirtschaftsboom entdeckt? Sehe ich so nicht. Haben wir eine tolle Regierung, die ganz klar sagt, was sie machen will und tut? Haben wir nicht. Irgendwo fehlen nur noch 60 Milliarden, wo auch immer die jetzt herkommen. Gestern hat schon einer meiner englischen Kontakte gesagt, hey, da wissen bestimmt ein paar Leute, dass nächste Woche die Regierung zurücktritt. Das glaube ich jetzt mal auch nicht. Das müssen wir gleich mal gucken, woher das kommen könnte. Das Gold ist auf dem All-Time-High. 2071, also 2072 in der Mitte, per gestern Abend 22 Uhr. Das ist auch soweit in Ordnung. Da hatte ich am Dienstag einen Film drüber gemacht. Und ich kann in dem Zusammenhang nur nochmal sagen, ich weiß nie, außer Mittwoch und normalerweise Freitag, haben wir gestern nicht, wann ich irgendwelche Filme mache. Und ihr müsst da irgendwie so ein Abo machen und eine Bimmel drücken und dann kriegt ihr dann auch einen Funk. Weil das kann sein, dass ich einen am Dienstag mache oder am Donnerstag. Das ist situationsbezogen. Was ist hier auffallend gewesen? Also gut gelegen haben in dieser Woche die ganze Reisebranche, Lufthansa oder Fraport, Airbnb, Arco Hotels, Royal Caribbean, TUI. Ich habe den Eindruck, ich habe also diese Woche auch da von meinem Strombetreiber hier Geld zurückbekommen. Da war ich ganz überrascht, wie viel das war. Und andersrum überrascht, wie viel ich vorher zahlen musste. Aber da kam richtig viel zurück. Und das hier war ein möglicher Bekannten bei mir auch. Da habe ich immer gefragt, was macht ihr jetzt damit? Ja, wir sparen das mal für den Urlaub. Also die ganze Reisebranche geht soweit ganz gut. Ich selbst nehme das auch. Ich bin im Februar bis Mitte, also Mitte Februar bis Mitte März weg. Ich gehe wieder da nach Thailand. Ich will meine Kochkurse weitermachen. Und das bezahlt es jetzt, also die ganzen Kochkurse. Wunderbar. Die Reisebranche war sehr gut. Immobilien waren jetzt mal am Freitag überall gefragt. Von Vonovia bis LEG oder Roundtown, die aber auch mal vorher verloren hatten. Die lagen ganz gut. Aber es sind auch so die, ich nenne die mal Traditional Stocks. Die Siemens ist bei 156. Nur zur Erinnerung, neulich als die Geschichte mit Siemens Energy passierte, waren die bei 120. Die haben 40 Euro zugelegt. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. SAP steigt heimlich, still und leise. Und die sind jetzt auch schon in Richtung neues All-Time-High, haben schon 52 Wochen hoch. Und wir haben eine Allianz, die steht jetzt auch bei 235. Die gehen so ganz langsam irgendwo hoch. Aber jetzt stellt euch mal vor, der Markt geht hoch und ihr habt Autoaktien. Da hast du keinen Bock mehr. Oder auch, und ich schwöre, jeder hat irgendwo seine 50 oder 100 oder 200 Bayer, sei das in Aktien, wie auch immer. Der Markt in Bayer ist sowas von verstopft. Die hatten am Donnerstag, haben sich einen schönen Eindruck hinterlassen. So nach dem Motto, okay, jetzt können Sie mal gehen auf 36. Und dann sind Sie auch gleich wieder unter der 31 gestern gewesen. Das ist einfach nur frustrierend. Aber die Autobranche, das kann man also völlig vergessen, das bringt momentan überhaupt nichts. Wie begründe ich diesen Anstieg hier? Mit der Technik an sich kann ich es nicht mehr begründen. Weil von hier, hier gibt es keine Retracements mehr, die greifen. Ja, ich hatte, wir sind deutlich überkauft, das sehen wir von hier, schon seit 15.300. Also wir sind seit 1100 Punkten oder fast, ja, fast 1200 Punkten gelten wir über den Oszillator als überkauft. Es gab hier schwäche Hinweise über das MACD. Aber wir hangeln uns an dem Band hier hoch, das ist schon sehr erstaunlich. Ich kann es nur damit begründen, dass wir auf der einen Seite eben diese Zinsfantasie haben. Und das hatten wir in den letzten zwei Jahren so häufig. Da Zinspeak und das geht jetzt alles runter und Inflation gibt es nicht mehr. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Also da muss die Frau Lagarde nur einen Spruch sagen. Ja, es gibt die Aussage, dass die Börse alles ein halbes Jahr vorausnimmt. Ja, gut, kann sein. Ich glaube nicht, dass sie innerhalb des nächsten halben Jahres die Zinsen senken. Vielleicht bleiben sie auf hohem Niveau. Senken glaube ich mal noch nicht. Aber gut, ich bin jetzt der Frau Lagarde nicht so nah, als dass sie mich da anruft und mir das sagt. Ja, aber ich glaube nicht, dass sie dann nennenswert irgendwie nach unten irgendetwas macht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben den besten Monatsschluss seit, oder den besten Monat seit drei Jahren im DAX. Das allein ist schon so eine Geschichte. Und ich begründe das also mit Zinsfantasie ist eins, aber ich begründe das auch mit einem, durchaus einem Short Squeeze. Das ist eine Liste, die wurde veröffentlicht Ende September. Bezieht sich auf die amerikanischen Optionen, also auf die Optionen in Amerika, nicht die Optionen amerikanischer Art, auf die Optionen in Amerika. Hier steht es, Institution Board of Record of Mounted Hedges. Ja, das ist also Anfang September gewesen. Das hier, wo ist es denn jetzt hier? Das hier ist die Lehman-Krise seiner Zeit. Und da ist also, hier steht es auch, last week panic hedging. Dreimal mehr als in 2008. Ja, wenn einer einen Putt kauft, egal ob im Geld, am Geld, aus dem Geld, wie auch immer, muss den irgendeiner verkaufen. Und der, der den verkauft, muss sich irgendwo auch absichern. Und wenn er einen Putt verkauft, muss er sich nach unten absichern. Ich glaube, dass sowas hier durchaus der Grund ist, das ist jetzt, wie gesagt, nochmal für Amerika, durchaus der Grund ist, und das gab es in Europa so ähnlich auch, nicht ganz so extrem, dass die jetzt einfach diesen Shorts nachrennen. Also deswegen, ich denke schon, dass vor allem gestern nach 17.30 Uhr sind wir da nochmal 40 Punkte gestiegen. Der kleinste Rücklauf von 20, 30 Punkten wurde sofort wieder zurückgekauft, nach oben. Ja, und das ist halt für mich, für mich ist das Ganze eine Mischung hier aus. Da zieht jetzt das All-Time-High, ja, ich mache es mir hier ein bisschen größer, das All-Time-High ist bei 16.529, hier vom 31.07. Dann dieses hier, was dann geschlossen hat mit dem Shootingstar, das ist das eine, aber es sind für mich, sind es Short-Eindeckungen, weil selbst wenn ich hier, das hatte ich ja auch, ich habe ja hier diese Sparpläne zugemacht, die ich hier nicht eingezahlt hatte, bei 14.750 und 15.000. Ich habe mir jederzeit vorstellen können, hier eine 15.6, aber das hier habe ich überhaupt, da bin ich nicht dabei. Ich selbst habe auch seit Freitag jetzt mal eine größere Position in Putz, das sind 16.738er. Da liege ich auf Schlusskurs Xetras schon 40 Punkte hinten, auf Schlusskurs außerbörslich dann sogar schon 70 Punkte. Ich lasse die aber, jetzt nicht, weil ich denke, ja, wir gehen jetzt hier sofort runter, sondern ich habe so viel Sparpläne, ich habe Lufthansa, ich habe MTU, ich habe Accor Hotel, also ich bin grundsätzlich long und diese Position, die ist jetzt deutlich größer als Schnüffelstücke, aber da habe ich immer noch genügend Platz, um nochmal welche dazu zu kaufen. Allerdings brauche ich dazu ein Verkaufssignal und das habe ich weder hier, das war schön angesehen hier, auch durch diesen Doji hier am Donnerstag, waren die Vermutungen groß, okay, das könnte es jetzt mal gewesen sein. Und dann kam der Freitag, Friday is High Day. Das ist ja so ein Spruch, den ich so mag, aber der hat jetzt in den letzten Wochen immer mal wieder gut geklappt. Ich habe kein Verkaufssignal, nirgendwo. Ich muss auf sowas hier warten oder nochmal ein Doji, aber dann auch eigentlich sofort stoppen. Diese Putz, die ich habe, die lasse ich jetzt laufen, Stop is Knock, 16.738. Dann möchte ich gerne mal schauen, was da passiert. Ich denke nicht, dass ein Markt weiter nennenswert steigt, wenn die Großchemie nicht dabei ist, wenn die Autos nicht dabei sind und wenn das Ganze nur fußt auf relativ wenigen Aktien. Allerdings habe ich das beim Nasdaq auch gedacht. Interessant, in dem Zusammenhang mit dem Nasdaq ist, neulich vor zwei Wochen war der Nasdaq 200 Punkte über dem DAX. Und seit gestern ist der DAX wieder 440 Punkte über der Nasdaq. Also dieses Ding, was ich immer mal wieder erwähne, allein schon zu beobachten, ist hochinteressant. In der Nasdaq haben viele Werte oder in Amerika haben viele Werte einfach mal so ein bisschen so eine Bremse eingezogen, ob das Meta ist oder Microsoft, Supermicro Computers oder auch Nvidia. Die haben jetzt alle mal einen Rückwärtsgang eingelegt, nicht besonders viel, aber zumindest haben sie den Anstieg jetzt mal deutlich eingebremst. Wir haben solche wilden Bewegungen wie Morphosis. Die waren jetzt vor 21, gingen runter auf 14,5 und sind auf einmal bei fast oder sind bei 25. Das ist ja das, was sich jeder bei Bayer mal wünscht. Aber ich glaube, Bayer, nochmal darauf zu kommen, ist so verstopft, dass bis die wieder steigen, also sagen wir mal jetzt mal auf 40, das dauert, da muss man sich wahrscheinlich wirklich ein, zwei Jahre Zeit nehmen. Ich habe in den Scheinen ein bisschen was geändert. Und zwar, die habe ich gleich gelassen, die Calls 15.705 und 404. Bei dem Putz hatte ich ja einen, der ist jetzt gestoppt worden, den habe ich dann nicht mehr genannt, am letzten Mittwoch war das, das war der 16.250er, der war selbst mir zu heiß, der hatte einen 150er Hebel, das muss ja nicht sein. Ich habe einen, der liegt ein bisschen weiter weg, die 9,69 mit einem Hebel von 30 und den hier, das ist ungefähr so das, was ich habe, 16.738 mit einem Hebel von 50. Wie gesagt, ich lasse die drinnen. Ich rechne jetzt hier jeden Tag damit, dass wir auch irgendwann mal ein bisschen atmen sollten. Gebe aber ganz ehrlich zu, damit rechne ich eigentlich schon seit 15.750. Mich überrascht diese Bewegung hier, ich bin long nicht dabei, ich gratuliere jedem, der es gemacht hat. Ich habe das nicht gemacht, hätte ich gar keine Position, würde ich jetzt auch nicht kaufen. Ich bin sehr gespannt, was sich hier tut, wenn wir hier auf die 16.529 gehen, was dann passiert und ob wir da überhaupt hingehen. Ich möchte klein bleiben, wie gesagt, ich habe die ganzen Sparfonds, ich habe die diversen Aktien wie Lufthansa und MPU, die ich eben erzählt hatte. Das lasse ich so weit laufen, ziehe allerdings die Stops jetzt, also auch schon bei Lufthansa wieder deutlich an. Weil auch hier muss ich damit rechnen, dass jetzt kommen sie von 6,5, jetzt sind sie bei 8,22, dass die durchaus relativ flott auch mal wieder eine 7,5 sehen können. Das heißt, mein Stop liegt jetzt irgendwo bei 7,90 und dann bin ich froh, dann ist das gut gelaufen, so weit. Also, wer keine Position hat, weiß ich nicht, ob es jetzt richtig ist, jetzt hier nochmal zu kaufen und auf die nächsten 2, 3, 400 Punkte zu spekulieren. Das bin ich mir nicht so sicher. Ich kann es von der Technik her, diese Bewegung hier, also zumindest ab 15.750 nicht begründen, kann ich nicht, außer durch den Short Squeeze und durch die Zinssenkungsfantasie. Ich sehe nicht, dass Deutschland auf einmal so viel besser sein sollte, als jetzt die Franzosen, die Schweizer, die Spanier, die Österreicher. Die liegen nämlich alle ein bisschen zurück. Deswegen halte ich das hier nach wie vor für eine Verbindung halt aus Short Squeeze und ein bisschen Zinssenkungsfantasie. Das bleibt super spannend. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.